Ein wunderschöner Tag und herzlich willkommen hier im historischen Hotel Rheingraf im schönen Kamponhofen. Wir sind Diana und Uwe und wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Wir sind ein Hotel mit 28 Zimmern in der gehobenen Drei-Sterne-Kategorie und der ideale Anlaufpunkt für Kurzurlaub und Tagestouren. Wir bieten Ihnen in unseren Innen- und Außenbereichen über 100 Sitzplätze für Festivitäten aller Art. Genießen auch Sie das gemütliche Ambiente in unserem Familienbetrieb mitten im Herzen des schönen Mittelrheintals. Wir freuen uns auf Sie!